Wieder nicht. Ich seh's doch schon wieder kommen. Scheiß drauf, ey. Ganz ehrlich. So ein kleiner Motherfucker. Verpisst er sich da einfach, ey. Das ist mir jetzt auch scheißegal. Dumme Idioten. Ja, das war sehr intelligent ausgedrückt. Oh super, und der eine ist schon wieder verletzt. Na ja, so sammeln sie wenigstens Erfahrung. Ich will gerade mal kurz gucken, wie wir das T gedrückt halten, ne. Konnte man ja aussuchen, was die machen sollten. Stehen außerhalb der Stadt nicht zur Verfügung. Ach, leckt mir doch die Klöten. Na los. Na, gleich hau ich richtig. Oh cool, ich bin inkognito. Bam! Alter Schwede. Ach komm, du. Jetzt wieder so einer hier. Ja, aber es kommt hier gleich wieder für eine Armada an, ey. Das ist ja nicht... Bam! 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 Schön liegen bleiben. So, Kollege. Anonym werden? Boah, ey. So, jetzt aber. Indianer wieder? Nee. Irgendjemand. Guck, und das haut er, man muss, die Truhen muss man knacken, ne? Aber so ein Stahlschloss haut er einfach mit der Faust da kurz ab. Oh, na egal, ich will mich nicht drüber aufregen. So, Befreiungsmission. Zwei Stück gibt es noch. Und ich bin genau in der Mitte zwischen den beiden. Oh, klasse, da kommt er wieder nicht hoch. Oh, mein Gott. Sind ja gleich schon wieder da. Alter, Schwede, das war... Wie mich gleich wieder so eine ganze Armee verfolgt hier, ne? Egal. Ich bin Connor, ich kann sowas. Verpiss dich. Ah, ich wollte nochmal draufhauen. So, bestochen. Zu spät für mich. Zu spät für mich, aha. Zack. So, und den Nächsten befreit hier. Gut, gut. Und jetzt... Kuriermission, ne? Die da fehlt noch, ne? Oder ich weiß nicht, wie sieht es denn hier aus? Umstritten nach wie vor. Ah, gut. Dann mach ich die da eben noch fix. Meine Güte. Hier komm ich aber auch nicht zur Ruhe, was? Immer was zu tun. Das leuchtet da so schön. Ah, noch ein Klunker. Klauen wir hier. Jawohl, damit hab ich die Klunker im Nordbezirk. Ihr habt mich nicht gesehen. Sehr schön. Sehr gut. Na? Das war so lala. Was soll ich denn mit dem machen? Töten oder fangen oder... Zack. Oh, gleich bekannter Rad 1 hier, was? So. Erstmal wieder senken. So, jetzt... Nein, falsche... Oh, genau. Geräte wollte ich auch noch rein. Sprengfalle, Giftpfeile, Pfeilen. Wo ist denn die dicke Axt? Da! Schwere Waffen. Uh, okay. Fäuste brauche ich an sich nicht. Deswegen weise ich das einfach mal der Taste 4 zu. Und dann... Wollte ich noch... Attentat aufwiegeln. Scharfschütze. Genau, lass ich die da weg snipen. Warum können jetzt keine Rekruten gerufen werden? Wollen die mich verkackeiern hier? Ja? Du kriegst die nicht. Bam! 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 Okay. Alter, ich seh schon, das wird hier wieder Probleme machen. Okay. Bam! Kriegt er da erstmal... ...hier eine Axt an Schädel gedonnert. Gut. Ja, das war's mit den Befreiungsmissionen hier vorerst zumindest. Ich würd sagen, ich will noch die Hauptmission machen, ne? Ach so, ja, wegstecken kann ich die mal, ne? Ja, und ich werde auch mal zusehen, dass ich mir eine neue, äh, dicke, äh, schwere Waffe kaufe oder so. Ich guck mal demnächst, was es für Waffen gibt in der nächsten Aufnahme nach der Hauptmission. Mach ich nämlich auch schon wieder Schluss. Und dann schauen wir weiter. Ah, Connor, welcher Erleichterung. Du bist da. Bitte lass mich... ...hier William Dawes und Robert Newman vorstellen. Dein Brief sagte, dass John Pitcairn auch hier wäre. Aye. Du bereitet einen Angriff auf Nexia, wo Adams und Hancock Unterschlupf hatten. Danach will er nach Concord ziehen und unsere Waffen und Vorräte zerstören. Du musst uns helfen. Alter, was ist denn mit dem los? Ist der irgendwie geistig zurückgeblieben oder so? Der spricht wie ein Behinderter. Du kannst dich ihm nicht alleine stellen. Keine Sorge, das musst du auch nicht. Würde ich aber schaffen. Wir haben selber eine ganze Armee, die nur darauf wartet, die Waffen zu erheben. Dann wirst du sie wohl rufen müssen. Nun gut. Du und ich überqueren den Charles River und geben Alarm. William, du nimmst bitte den Landweg und tust dasselbe. Robert, ich brauche dich in Christchurch. Zünde das Signal. Zwei Laternen, wenn der Feind von See kommt. Keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Es geht um Leben und Tod. Komm! Ach ja, mal schauen, was jetzt kommt. Stratzen wir einfach eine Runde, weil wir es können. So. 18. April, 1775. Alter, ich glaube, der Kerl ist irgendwie ein bisschen homosexuell. Der Gesichtsausdruck sagt alles. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Soll ich hier eben kurz? Ja, komm mal, eben kurz, ne? Ach, scheiße. Schreib wieder aufs Pferd, Connor. Nein. Was denn jetzt? Alter, ja, ist ja gut. Exzellent. Die Richtung stimmt jetzt. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Okay, hier der Weg? Ja, das ist es. Das ist der Weg. Okay. Keine Ahnung, aber ich will... Nach rechts, Connor! Nach rechts? Sei vorsichtig, Connor. Sie dürfen die anderen nicht warnen. Da lang, Connor! Okay. Hier, dann nach links. Hier lang? Umkehren, Connor! Das ist die falsche Richtung! Rechtsrum! Okay. Hier und da nach links! Ach, hier langs. Hier lang! Ach so! Da lang, Connor! Ja, ja, da lang. Ups, tut mir leid! Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Da wären wir! Jetzt besser zu Fuß weiter! Na gut! Na gut! Da lang, okay! Oh, verdammt! Hui! Und wieder sind wir weg! Allein schon! Oh, so ein Trottel, ne? Ah, verdammt! Hätte ich mir für den aufsparen sollen. Alter, wieder so ein Bastard hier! Ja, kann so ein, äh... Power-Heap hier einfach abwehren. Jawohl, aber... Ein so ein Heap und der ist tot. Bam! Der ist Matsch, der Junge. Da lang, okay. Hier? Dahin, okay. Das Gebäude hier. Wusste ich's doch! So, nachladen. Ja, ist sehr schön gemacht. Und interagieren. Okay. Da lang, Connor! Da lang! Hm, da ist der Trottel-Verein. Ja, das ist es! Das ist der Weg! Okay, dann hier über den Weg. Reite weiter! Okay. Ja, das ist es! Das ist der Weg! Reite weiter! Du musst nach links, Connor! Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Okay. Vorsicht, Connor! Es gibt vielleicht noch mehr Kundschaft da. Ja, das kann gut sein. Links! Jupp. Ich muss ja erstmal...